She makes me smile Hola, wie geht's dir? Ich mache jetzt Frühstück. Hey, ich musste gerade an dich denken. Vermisse dich. Ich vermisse dich auch sehr. Wann kommst du mich endlich wieder besuchen? Am liebsten würde ich sofort losfahren. Wenn du später Zeit hast, können wir ja noch telefonieren. Ich rufe dich an. Er ist ein Teil von uns. Fifeis. Meine Bank. Ich rufe dich. Untertitelung des ZDF, 2020